Hi, heute zeige ich euch, wie ihr einzelne Kontakte anonym anrufen könnt. Normalerweise wird dem Angerufenen immer eure Telefonnummer angezeigt. Mit einem einfachen Trick könnt ihr das jedoch umgehen. Öffnet dafür wie gewohnt die Telefon-App und wählt die Nummer Raute 3 1 Raute vor und wählt dann wie gewohnt die Telefonnummer mit der 0 vorneweg. Nun wird dem Angerufenen anstelle eurer Nummer einfach anonymer Anruf angezeigt.